Tschüss! Oli ist jetzt gegangen und jetzt liege ich nochmal ins Bett und bin so müde Ich schneide jetzt den Vlog zusammen und ich gebe mir jetzt ist etwa 5 vor 10 Uhr ich gebe mir für das genau 2 Stunden und dann muss ich fertig sein, sonst bin ich Ewigkeiten noch dran und dann gehen wir mit dem nächsten Vlog weiter Ich habe mal die Musik hineinfügen, die ich gefunden habe auf Soundclimb, die lizenzfrei ist und jetzt stell dir vor, das runterladen geht nicht Irgendwas mit der Seite geht nicht zum runterladen und dann steht hier What can I do? Please try again in a few minutes und da ist jetzt schon Zeit und da ist jetzt schon Zeit Wie findest du das? Zeit am 11 Uhr, jetzt ist es halb eins Ich könnte heute den Vlog fertig machen und dann aufladen hier ist schon halb eins und dann lasse ich das Mittag raus und gehe zurück zum Morgen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Jetzt dringend aufräumen Aber ich hasse noch aufräumen Ich kann davon drücken, jetzt ist man gleich duschen. Und danach räume ich auf, sobald ich duschen habe. Duschen, duschen! Duschen, duschen! Ich habe endlich gearbeitet wegen dieser Musik. Ich bin jetzt sicher mal eine halbe Stunde dran gesessen, aber jetzt ins Maus exportieren. 60 Minuten bis es fertig exportiert hat. Und ich werde heute noch aufräumen. Aber ich habe das Gefühl, es liegt nicht mehr drin, weil jetzt ist viertelab drei, um vier Uhr hat mich die Zahn und ich muss noch schminken. Ich bin ready mit Sarah mit ihren Pneuen holen. Hi! Ah, das habe ich noch besser gebraucht. Also, wie siehst du das? Gut scheinbar so. Ewigens, das ist Sarah. Mein BFFF... F-F-F-F-F Das ist eigentlich nur das wie das Gabriel Aber dann möchte ich es nicht aufmachen Nein Definitiv nicht Stuttgart Heute bin ich im Vlog Ich muss ja noch Gas geben Wir haben neue Freunde bekommen Hoi Pneus Können wir etwas zusammen essen? Wahrscheinlich etwas ungesundes sein Ich bin in Burger King Ich bin in Burger King Pssst Ab nach Hause Aggressiv Besuch Schlussend, eben jetzt sauber. Tschüss, Schatzi. Noch eine kurze Anführung zum Schluss. Ich habe gemerkt, als ich den Vlog vorgeschnitten habe, und als ich gestern raufgestellt habe, dass sehr viele Informationen über mich fehlen. Also grundsätzliche Informationen, wie wer ich bin, was ich mache, wieso ich vlogge, wo ich wohne und all das Zeug. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt für mich über das zu sprechen und ja, dass ihr ein wenig daraus kommt, wie es läuft bei mir. Ja. Dass vor allem ihr daraus kommt. Und dann nennen ihr auch das Bussi hier kennen. Das ist das herzlichste Bussi auf der Welt. Das ist nämlich mein Bussi. Und das ist die Luna. Wolltest du uns sagen? Ja. Sie spielt hier die Diva. Sie ist seit der halbsten umeinander möglich, weil sie ins Bett will, und ich will im Bett liegen. Was meinst du? Was? Ich weiss auch nicht. Ich weiss auch nicht. Ich weiss auch nicht. Was? Vielen Dank.